Das Gute ist, die werden für uns halt auch mit diesem Dreieck markiert, ne? Echt? Für dich auch? Ja. Nein! Ah, die Steuerung! Ah! Ich bin gelandet. Steig aus, Daniel! Steig doch aus! Was ist denn? Er steigt nicht aus! Wommel, ich lieg hier safe. Okay, ich lieg nicht safe. Ja, ich wollte da... Nein, nein! Oh, Mann, Junge. Das hat mit Schrott, wenn es leicht leckt, ist halt echt kacke. Klar, wenn du uns nicht glaubst, dann frag nicht mehr. Ich häng dir jetzt echt nur fest. Um hier einfach vorsichtig runterzukommen. Ja, ich häng hier in so einer Felsspalte. Nein! Spring mal! Was, wenn ich hier in so einen Fels gebackt bin. Geil. Janik, ey, hängt halt echt einfach da oben. Mit nem Schott noch akkultig fühlen. Aber dann nichts drunter anziehen. Klar, gehört ja dazu. Wird ein bisschen kühl. Bisschen luftig. Aber man fühlt sich bestimmt mega frei. Also freizügig. Das Thema hat man grad schon. Oder hab ich nicht recht, Martin? Was? Guck mal, da läuft einer Dünbox nicht um. Martin, du bist gerade auf 58 jetzt. Ja, du bist scheißegal, Dünbox nicht um. Oh, ich weiß, der hat mich umgebrochen. So geil, ne? Martin, was schreibst du dem da? Der soll von meinem Spot gehen, das ist der Tod. Oh, oh, ich tot. Einfach Legende. Macht halt möglich. Lend. Die Waffe ist S. Die Waffe ist S. Vertrau mir. Latt nach. Oh, was war schade? Oh mein Gott. Alter, Mann. Ah. Ah, das ist der Tod. Ah. Oh, 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 oh. Ich bin ein saftiger Typ. Oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. oh mein gott wo bin ich hier hentai ich nehme stim bro ticker wie op ist bitte stim kann das mal einer klippen bitte dann ja auch irgendwie gerochen egal wurde in der wüste eingekillt hat die haben das gerochen wo dann die dann war ich habe diesen kack soldaten wo ich dieses partei gefarmt habe und dann immer wieder leute kamen die ich umgehauen habe muss die dann mal zu 5 oder so darstatteln ja gut aber es war nach hier auch oh mein gott bitte klippt es irgendeiner bitte egal im chat es klippt es oh mein gott geht er mir dann hier dann hier dann hier ja 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 ja